Musik Die haben gerade Bauer Lindemann gepumpt, die Harald und Heidi machen dann eine Boutique in Wuppertal. Also wenn die Angel sich nicht bewegt, dann ist der Ton gut, das müssen wir halt jetzt so umsetzen. Das Haus akklimatisiert sich. Wir haben viele Themen abgedeckt. Das ist schwierig. Es wäre gut, wenn wir ein paar Sekten auf unsere 10 Jahre anstehen könnten.